Hallo zusammen, ich bin jetzt hier in der BBC Arena in Schaffhausen. Wir werden hier Platz haben für über 1500 Besucher, es wird eine riesen Expo geben. Wir werden bemüht sein, dass den Athleten und Athletinnen an nichts fehlt, alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz Europa sind hier recht herzlich willkommen am 30. September 2017 am International Swiss Cup hier in Schaffhausen BWC Arena. Seid dabei!